Einmal hat das Wasser bis nach Erdgeschoss gestanden. Kein Wunder, wenn das Wasser im Jarten nicht mehr abfließen kann, weil der Jarten ein Ziementjarten ist. Das Wort hat mein Vater kreiert. Mit C, Cala oder Calendula. Er hat es noch mitgekriegt, wie die seine Rosen ausgegraben und weggeschmissen haben. Wenn er so abends hin nach dem Müllkönne und hat alles immer rausgeholt.